Ich bin zurückgekehrt Dann bringe ich noch ein paar Pylonen Ich bin zurückgekehrt Da noch einen hin Ich bin zurückgekehrt Da einen hin Hier einen hin Ich bin zurückgekehrt Ja ja die Pylonen sind in Arbeit Keine Angst keine Angst Läuft alles Ganz locker bleiben Du fährst mir hier drüben hin Da muss irgendwo noch Ich bin zurückgekehrt 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 Da wo ist der letzte Ist noch in Arbeit Wird ich gebraucht Ja ihr werdet gebraucht Das ist schon hier vorne So hier machen wir erstmal die Bärsäcke Verbesserung Ähm Ein Templar Archiv Kann ich noch gebrauchen Dann Wir werden abgerüstet Leute ja ja schnell 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 Ich bin zurückgekehrt Ah Mist Haut sie um Sehr lustig ja Ich bin zurückgekehrt Ja nein Schaut die vernichter um schnell Das ist ja dreckig sicher Ja, haben die meinen Arbitat zerstört. Scheiße. Das Ding ist doch vernichtet. Scheiße. Äh, ja, super. Keine Energie. Ja, klasse. Ähm, scheiße. Du baust mit dem Pylon da hin. Danke. Ah, das ist das Bitter. Ihr sollt bitte mal alle Wespiengas mit sammeln. Das wäre so ein Indus-Tier. Wespiengas sammeln. Danke. Fünf Stück bitte da hin. Du musst bitte hier hin, da wirst du nicht benötigt. So, jetzt brauche ich da bitte mal. Hier, komm. Setz da einen hin. Da einen hin. Jetzt brauchst du bitte hier noch eine Kanone hin. So, hier. Zwei Dragona. Zwei Dragona. Zwei Dragona. Und dann brauchst du bitte. So, hier noch eine Kanone hin. Noch noch einen hin. Jetzt brauchst du bitte ein Templar-Archiv. Und zwar hier hin. Ich habe hier zu viele Drohnen. Die können wir mal alle hier sammeln gehen. Ich bin zurückgekehrt. 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 Ähm. Wo wir schon dabei sind. Ja, ist okay. Wo wir schon dabei sind. Habe ich zwei Zitadellen? Ja, habe ich. Aber ich brauch ein Templar-Archiv für den Rest. Okay, dann entwickeln wir hier erstmal ein Schild. Kleiner Augenblick bitte. Man nimmt mir gleich wieder da. So, dann bin ich wieder. Es geht weiter. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Kriegen wir nicht getraut. Ah. Okay. Interessant. Ähm. Ich wollte hier unten noch ein bisschen Verteidigungsanlagen bauen. Und zwar so. Dass die Wächter gegebenenfalls... Also hier drüben wollte ich nochmal so bauen, dass sich hier keiner mehr daheimlich, klar, still und leise dran vorbeischleichen kann. Ähm. Ich kann noch jetzt Templar bauen, ne? Mehr. Es ist schon ein Templar hier, ein Templar dort, ein Templar dort. Und ich bin auch... Oh, come on! Okay, jetzt haben wir hier schon eine Kanone wieder zerstört. Das ist extrem nervig. Es sind noch zwei Drohnen. Die sammeln bitte auch Vespien Gas. Das ist das so ätzend hier. Das Gas ist zu weit weg. Ihr sollt Gas sammeln. Warum steht ihr hier nur dumm rum? Dich brauch ich nochmal eben. Du sammelst... Du brauchst bitte hier vorne noch eine, eine... Du brauchst hier eine Kanone hin. Und jetzt brauchst du bitte hier nochmal eine neue Kanone wieder hin. Der Alter ist jetzt zerstört. Templar. Jetzt habe ich leider nur zwei Templar, wenn mir das Gas fehlt. Sehr ärgerlich. Einer. Zwei. Drei. Oh, come on! Alter, 150. Wir sind scheiß Templar, ernsthaft. So, unser erster Archon. Jetzt ziehen wir mir hierhin zurück. Damit er nicht gleich von so blöden Vergifter plattgemacht wird. Denn die Archons brauchen wir noch. Ich brauch nochmal ein bisschen mehr Defensive hierhin. Und nochmal einen Pülowen hierhin. Und sobald dieser Pülowen steht. Und sobald dieser Pülowen ist, dass wir noch ein paar Berserker noch bauen, nämlich hier. Und für den Pülowen reicht es nicht mehr ganz, aber... So, Nummer 4. So, sehr schön. Ein paar Berserker wäre nicht die schlechteste Idee. Sollte ich vielleicht auch nochmal einen Bauen. Kann man da drüben und eine Kanone mehr hinstellen. Klar, geht schon wieder los hier. Läuft gut, alles klar. Fenix, du wirst nicht mehr gebraucht. Also, hier drüben ist die Defensive noch etwas mau. Das ändern wir jetzt aber auch. So, 4 Tabler fertig, alles klar. 4 Tabler merchen, bitte. Hier wollen wir mal ein paar Berserker. Zack, da noch einen, da noch einen und da noch einen. Und dann drüben wir hier und hier direkt noch ein Tabler hinterher. Oh, Zerklinge. Viele Zerklinge. Aber wenn der Nebz jetzt nicht über uns anstehen hat, ist das kein Problem. Ein Berserker kommt hier auch noch dazu. Genau, der Nebz für Ajo. Dann drüben wir weiter Boden-Upgrades. Waffen und Dings. Oh, was? Äh, warte, ein Vergifter. Und die regenerieren sich natürlich auch nicht. Das heißt, wir werden hier gleich nochmal zwei neue Plattformen bauen. Ähm, zunächst mal noch einen hier hin, bitte. Und noch einen dorthin. Und dann drücken wir hier noch einen hin. Dann soll er kommen, der vergift da. Und dann muss ich mal ein paar... Da, von da hin. Hier, merchen. Eins, zwei, drei. Hier, na, das war so klar. So, jetzt aber. Der Wohnr2 davon. Oh Gott, die sind alle so am Arsch. Durch diese beschissene Vergifter. Die hauen echt rein. Das ist extrem bitter. So, Zeratul, du kannst bitte auch mal hier hinten hin. Du wirst ja nicht sterben. Wo jetzt? Wo, wo, wo? Wo? Seh ich nicht. So, jetzt geht's noch mal hier hinten zurück. Komm, wir stoßen und sammelst noch mal Respingas. Sind noch mehr Templer fertig? Noch zu Arschungsmorphen, bitte. Das ist ja noch lange nicht genug. Obwohl, eigentlich schon. Ich weiß noch mal ein paar davon. Zwei. 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 Die anderen zwei. Geh mal da hin, bitte. Warte hin. Ja gut, aber weil immer nur Eindruck ohne Ende ist. Boom, sammle das Zeug ein. Hier, was ist ein zusätzlicher Klobauer. Ach, ernsthaft. Hier, was ist ein zusätzlicher Klobauer. Hier, was ist ein zusätzlicher Klobauer. Ja, ich bau ja schon. Ich bau ja schon. Ich bau ja schon. Ich bau hier noch Klo hin. Ja komm, gib mir die Mineralien für den Klo. Ja. So. Das muss jetzt reichen. Okay, hier sind kaum noch Mineralien übrig. Das ist nicht uncool. Ich muss zusehen, dass ich ausrücke und mir eine Expansion sichere. Ich hab da hinten natürlich noch genug Mineralien. Aber hier vorne ist halt alles ziemlich mau inzwischen, was das angeht. Das sind Waffen und das Schild Upgrade. Die sind jetzt auch fast fertig. Ich glaube, es ist bald auch so weit, dass ich ausrücken kann. Das ist eigentlich mehr als genug. Das ist Team 1. Team 2. Team 2. Das ist Team 2 und die Archons als Team 3, das müsste eigentlich genügen und dann lösen wir jetzt ab. Ich speichere das vorher sicherheitshalber nochmal, aber ich denke nicht, dass da jetzt großartig noch was passiert. Und das ganze mal 9.2, zack, speichern. So, wie sieht meine Upgrades aus? Waffen-Upgrade, ne, Panzerhause-Upgrade, Waffen-Upgrade 3 und danach die Schild-Upgrades. So, hier lang bitte. So, hier holst du mein Bestes hin, kaputt bitte. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Leute, alle rein hier, rein hier, rein hier. Okay, das ist Chaos hier. So, das war's für uns. Na ja, das ist ein tolles Gewöl, wir werden die Schild-Armeen holzen hier. Und nicht vergessen natürlich Einheiten nach produzieren, das ist ganz klar. Erstmal ein paar Draguna. Und das sieht gut aus hier unten. Ich denke, es ist an der Zeit, eine Sonnen-Dinge herzuholen. Aber halt halt, da ist noch eine Einheit in. Da ist noch ein Dings im Weg. So hier, gerade mal die Overloss weg. Ja, warum macht es mir leid, dann kommt es hier. Äh, hallo? Okay. Okay. Was geht da unten jetzt? Nichts, alles klar. Gut, okay. Draguna. Draguna. Hier, da. Zack. Nachrücken bitte. Jetzt holst sie mal um hier. Verdammte Axt. Hier, da. Den vernichten. Jetzt. Jetzt geht es aufbound. Aber das ist nicht mehr die Nerven! Bei mir bin ich noch ein paar Zinn. Ich bin noch von mit. Ich bin noch ein paar Meter. Ich bin noch nicht viel drauf. Dann bin ich noch stärker einer. Das will nicht mehr. Ich bin jährlich. Ich bin noch ein Ungeker.